Willkommen zu den Kobi-News auf dem Steine-Kanal. Auch in dieser News haben wir aktuelles aus der Kobi-Welt für euch zusammengefasst. Viel Spaß beim Schauen! Kurz News Derzeit könnt ihr Einfluss auf den Kobi-Produktionsplan nehmen. In einer Abstimmung, die auf der offiziellen Kobi-Fans-Facebook-Gruppe stattfindet, könnt ihr darüber abstimmen, welches Set 2023 produziert werden soll. Derzeit liegt die Katiusa im Maßstab 1 zu 35 vorne. Den Link zur Abstimmung findet ihr in der Videobeschreibung. Seit dem 2. April hat die Ausstellung auf der Motlin-Festung wieder geöffnet. Sie findet immer samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr statt. Im Vergleich zum letzten Jahr wurde sie mit neuen, besseren Dioramen und Sets ausgestattet. Auch der Shop bietet ein neues Highlight. Bei einem Kauf kann sich der Käufer eine Dose mit Kobi-Steinen füllen. Hierbei kann er aus 5.000 bis 6.000 Steinen wählen. Die Fabrikerweiterung schreitet dank des guten Wetters voran. Die Außenfassade des neuen Werkflügels ist fertiggestellt. Nun müssen die Innenarbeiten abgeschlossen werden. Der Printkatalog für die erste Jahreshälfte kann laut Aussage von Arthur nun bei Kobi bestellt werden. Wie genau das aussieht, ist unklar. Bei einer kürzlich von uns getätigten Bestellung lag kein Printkatalog bei. Ende April soll der neue Katalog mit allen Sets, die ab August 2022 erscheinen, fertiggestellt sein und wird dann von Arthur präsentiert. Viele neue Sets sind in Planung. Welche das sein könnten, erfahrt ihr später in diesem Video in unserer Gerüchteküche. Außerdem werden derzeit die Sets für die neue Lizenz Company of Heroes 3 hergestellt. Diese werden spezielle Gebäude beinhalten. Der Blocks-by-Peace-Bereich im Kobi-Online-Shop wurde weiter ausgebaut und enthält nun unter anderem Räder und Felgen. Unterstützung für die Ukraine Update Die Piloten-Minifigur Ghost of Kiev, welche zur Unterstützung der Ukraine verkauft wird, ist nun im Kobi-Online-Shop erhältlich. Sie kostet 11 Euro und ist limitiert, das heißt, wenn sie ausverkauft ist, wird sie nicht mehr hergestellt. Ende März waren laut Arthur bereits 70% des Kontingents verkauft. Am 1. Mai soll das Set Ghost of Kiev erscheinen, dessen Verkaufserlöse ebenfalls zur Gänze der Ukraine gespendet werden sollen. Hierbei wird es sich vermutlich ebenfalls um eine limitierte Edition handeln. Darüber hinaus wird es wohl nur wenige Exemplare des Sets geben. Yamato Update Der Versand der Executive Edition hat begonnen. Auch die Standard-Edition ist jetzt erhältlich. Hier sind zwei grüne Nano-Planes mit dabei, während die Executive Edition zwei zusätzliche Nano-Planes in weiß beinhaltet. Daneben enthält letztere Ausgabe natürlich die limitierte Minifigur von Admiral Isoroku Yamamoto, außerdem ein lasergraviertes Typenschild. Wer die Yamato in der Standard- oder Executive Edition haben möchte, sollte sich beeilen. Denn wenn diese ausverkauft sind, könnte es sie nicht mehr geben. Nach Aussage von Arthur Machlowski könnte es das letzte Mal sein, dass die Yamato produziert wird, was das Set zu einem wertvollen Sammlerstück macht. Sollte sie doch nochmal hergestellt werden, wird dies laut Arthur frühestens in fünf Jahren der Fall sein. Übrigens, die Executive Edition bekommt ihr aktuell auch in unserem Online-Shop auf trendgames.de. Neue Executive Edition Seit dem 1. April könnt ihr die Executive Edition des M26 Pershing vorbestellen. Ebenfalls Bestandteil des Sets ist außerdem die 3-Inch M5 Gun. Es hat die Setnummer 2563, besteht aus 1065 Steinen und beinhaltet fünf Minifiguren. Vier davon sind exklusiv für dieses Set. Unter anderem ist die Figur von Dwight D. Eisenhower enthalten. Der Panzer wird im Maßstab 1 zu 28 gebaut. Vorbesteller können mit dem Versand ab dem 20. April rechnen. Der M26 war ein schwerer Kampfpanzer, der im Zweiten Weltkrieg vom US-amerikanischen Militär eingesetzt wurde. Neue Minifiguren Für die demnächst erscheinende Mitsubishi Zero wurde nun die japanische Pilotenfigur gezeigt. Sie weist einen Rückenprint auf, dieser könnte bei Kobe-Minifiguren bald Standard sein. Brandmanager Arthur Machlowski kündigte an, dass mehr Minifiguren in Zukunft solche Prints aufweisen werden. Auch ein deutscher Koch für das kommende Set DAK-Zugkraftwagen wurde vorgestellt. Vor allem für Werbeaktionen wie Merchandise, beispielsweise Poster, soll dieser polnische Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kommen. Demnächst soll es weitere Minifiguren geben, welche für Marketingzwecke entworfen werden. Zuletzt ist auch die polnische Figur des Warschauer Aufstands mit vollständigem Armprint vorgestellt worden. Sie ist im demnächst erscheinenden Panzer V Panzer Ausführung G-Pudel mit der Setnummer 2568 enthalten. Auch die Figur des polnischen Pfadfinders wird Bestandteil des Pudelsets sein. April-April Auch in diesem Jahr mussten Follower genau hinschauen, um nicht Opfer eines April-Scherzes zu werden. Gleich zwei Ankündigungen sorgten zunächst für Begeisterung, bis der Blick auf das Datum aufklärte. Demnach soll es bald Kobi-Sorgen geben. Dass dies kein Ding der Unmöglichkeit ist, zeigt die Ankündigung von Arthur Machlowski, dass es bald Kobi-Merchandise geben wird. Wir hatten berichtet. Eine weitere Mitteilung war eine neue Mittelalter-Serie, die aus neun Sets bestehen sollte. Zwei anhaltende Minifiguren wurden bereits gezeigt. Die Serie soll nur in Polen erscheinen und im Rahmen der Historical Collection erscheinen. Viele hätten sich sicherlich über eine solche Serie gefreut. Immer wieder beweist Kobi, dass es weiß, wie Fans mit geschickten Ankündigungen in die Irre geführt werden können. Denn nur wer genau hinschaut und sich den 1. April in Erinnerung ruft, erkennt den Gag. Auf seinem Instagram-Account zeigte Kobi am 1. April 2020 die limitierte Ausgabe der Japanese Navy Fleet, die aus knapp 200.000 Teilen aufgebaut wird. Genauer gesagt aus 197.974 Steinen. Das Besondere, sie enthält nicht nur ein Modell, sondern mehrere. Unter anderem 100 Nanoplanes, 6 Flugzeugträger, 2 Schlachtschiffe, 9 Zerstörer und 8 Containerschiffe. Das Set sollte die Nummer 4899 tragen. Produktupdates Zahlreiche neue Modelle erscheinen in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. Viele Designs sind nun vollendet. Wir zeigen euch alle Bilder. Im Rahmen der 1 zu 12 Serie erscheint im Juni der Opel Manta A, der aus 2.125 Teilen gebaut wird. Er erscheint zunächst als Executive Edition unter der Nummer 24338, weist ein funktionierendes Lenkrad sowie ein baubares Innenleben auf. Der Manta wird nicht das letzte Set im Maßstab 1 zu 12 sein. Weitere Sets sind in Planung. Auch die neue Version der P-51D Mustang feierte nun ihre Premiere. Das Flugzeug mit der Nummer 5719 enthält 304 Steine, eine Minifigur und wird im Maßstab 1 zu 32 gebaut. Bereits zum Kauf erhältlich ist die neue Messerschmitt BF 109 mit der Nummer 5727. Sie besteht aus 333 Teilen, beinhaltet eine Pilotenfigur und wird im Maßstab 1 zu 32 gebaut. Neben Prinz im historischen Design hat sie ein verbessertes Design, etwa neue Räder sowie einen neuen Rotor. Am 29. April erscheint die polnische Version der sowjetischen MiG-15, die LIM-1. Das Set mit der Nummer 5822 wird 504 Teile sowie eine Minifigur beinhalten und im Maßstab 1 zu 32 gebaut. Am 29. April erscheint ebenfalls die sowjetische MiG-15 mit der Nummer 2416. Zuletzt können wir euch Bilder des Shuttle Atlantis zeigen, das derzeit produziert wird und am 15. Mai veröffentlicht wird. Es besteht aus 668 Teilen und wird eine Minifigur enthalten. Das Modell mit der Nummer 1930 wird im Maßstab 1 zu 100 gebaut und beinhaltet ebenfalls einen Ständer für das Shuttle sowie das Hubble-Teleskop. Gerüchte Küche Die Action Town Serie, die derzeit EOL, also End of Life ist, soll Gerüchten zufolge neu aufgelegt und im Zuge des Re-Release auch ein neues Design erhalten. Demnach sollen die enthaltenen weiblichen Figuren eine neue Optik erhalten. Einige Action Town Sets bekommt ihr ebenfalls bei uns im Onlineshop auf trendgames.de. Des Weiteren sollen neue Cold War Sets sowie NATO Sets und neue Modelle, welche den Warschauer Pakt zum Thema haben, geplant sein. Darüber hinaus sollen folgende Sets in Planung sein. Der sowjetische Kampfhubschrauber Mi-24 Der schwimmfähige Schützenpanzer BMP-1 Ein sowjetischer T-72 Kampfpanzer Daneben eine neue TKS Tankkette Sowie neue Armored NATO Vehicles Dann kommen wir jetzt zum Gewinnspiel aus der letzten Kobi News. Zu gewinnen gibt es wie angekündigt das U-Boot U-47 Typ 7B aus der Historical Collection. Allen Teilnehmern natürlich viel Erfolg. Und gewonnen hat Julian Dürr. Er hat geschrieben, kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen der Executive Edition und der normalen Edition der Yamato ist? Na klar, das haben wir auch eben bereits im Video beantwortet. Herzlichen Glückwunsch! Du hast das Kobi Set 4828 gewonnen. Bitte schreibe mir innerhalb der nächsten 14 Tage eine E-Mail, damit ich weiß, wohin ich den Gewinn schicken soll. Euer Glück könnt ihr bereits in der nächsten Kobi News noch einmal versuchen. Dort wird es wieder ein Gewinnspiel geben. Dazu gibt es bald noch weitere Gewinnspiele auf Twitter, Instagram und Facebook sowie unserem eigenen Blog, den ihr auf steine-kanal.de findet. Die Links dazu findet ihr alle in der Videobeschreibung. In eigener Sache. Im Community-Tab hier auf unserem YouTube-Kanal werden wir demnächst immer mal wieder Umfragen zum Thema Kobi posten. Die erste Frage ist bereits online, weitere werden wöchentlich folgen. Die Ergebnisse werden wir zu einem späteren Zeitpunkt in einem Video präsentieren. Also macht mit! Da derzeit sehr viel in der Kobi-Welt passiert, arbeiten wir bereits an der nächsten Kobi News. Soweit zu dieser Kobi News. Wenn ihr auch weiterhin Kobi News auf dem Steine-Kanal sehen wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Steine-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer mit den neuesten Videos informiert werdet. Und dann verbleibe ich bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen! Zither Harvest Vielen Dank.